Was geht ab Freunde, Ilyas hier und willkommen zu einem Call of Duty Black Ops 3 Online-Desplay hier auf unserem Kanal und ja, mal lieb Freunde, wir zocken die Runde, Abschluss bestätigt, was für Abschluss, Abschluss, Digga, what the fuck und ja, ähm, los geht's, ich mache ein bisschen erstmal leiser, das ist viel zu laut, Alter, ey, ja so, so Leute, hmm, jetzt schauen wir mal, ob ich ein paar Kills machen können, ich habe gerade schon gezockt und es ist eigentlich schon ganz gut geworden, mal schauen, ich muss halt gucken, wo die Gegner sind, weil die Mappe, die ist jetzt auch nicht gerade die geilste, muss ich jetzt erstmal schauen So Freunde, was gibt es euch zu reden, ich, ähm, nehme nachher noch die, ähm, andere Folge Petacomoronto, also die zweite Folge, wenn ihr die erste Folge noch nicht abgecheckt habt, dann macht es jetzt erstmal, bevor ihr dieses Video schaut, denn es ist eigentlich auch schon ganz nice geworden, ey, jetzt muss ich mal hier die Gegner finden, was ist los hier, meine Fresse, Alter, wo sind die Gegner? Da ist ein, da, komm, komm, hol ich mir, jetzt, gut, scheiße, 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 nein, ich versuche, ähm, nicht im Minus zu sein, also, immer versuchen im Plus zu bleiben und nicht ins Minus zu gehen, weil es ist viel besser, wenn man im Plus bleibt, dann hat man eine bessere Chance zu gewinnen, aber bei dieser Map ist einfach voll schwer, weil, ey, 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 stirb doch, Junge, meine Fresse, da auch noch, scheiß, wieder meine Fresse, Alter, ah, Mann, 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 So, komm mal runter jetzt hier, so so kommen wir runter jetzt habe ich hier okay das war scheiße leute jetzt muss ich mal gucken wie das hier schalter meine frisse ja so komposen die gegen die gegner jetzt bin ich schon wieder alter 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 was war das was los leute das war voll chillig alter richtig viele kills zu machen geil alter nein 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 was habe ich gemacht scheiße ich war eine sekunde im plus man eine sekunde ja ja und ihr habt ihr bekommen so jetzt kommt 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 da liegt eine marke kommt kommt wohl in dir holen dir und ich habe sie nicht eingenommen wir glauben leute leuteor sich also hat 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 ja man ich habe ein wenigstens hier ich hab wenigstens ein irgendwie keine ahnung so kommt man leute kommt ob du gaming habe ich auch noch ein video hochgeladen gestern oder ja gestern auch heute ist ja nicht gestern und gestern ist ja auch nicht heute ich muss mich konzentrieren en für schwer sich konzentrieren mai emo ein es ist schwer zu reden und zu zeble ich das ist so schwer so komm runter jetzt geht's los scheiße scheiße wo sind die gegner doch da war der reingegang der fessage so wissen wir doch mal drei kürze minus wenn ich nicht um plus dann ist es ja auch nicht so schlimm aber ich versuche einfach nicht so oft zu sterben sei sehr schwer dabei kommt wieder chillig er läuft alles klar er stirbt einfach er stirbt was gezeigt noch so schönes zu reden also es gibt euch nicht sehr viel zu reden weil ich muss manchmal ein richtiges thema aussuchen weil ich habe einfach keine richtigen themen die ich mit euch reden will oh mein gott war das ok fünf kürze minus das ist nicht wahr man scheiße ja aber läuft gerade so ein bisschen mit uns mit dem kill 25 assist der kontaktoren der kontaktoren sind wir hier in star wars mit seinen drohnen jetzt läuft gerade kommt weiter weiter sorry werde ich bis jetzt nicht so viel rede weil ich nämlich jetzt ein bisschen konzentrieren weiter 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 ich kann ja auch mal gleich die waffe wechseln also ich zog jetzt die ganze zeit jetzt mit der vmp halt dann viele mitspieler da unten es ist meiner scheiße 1360 punkte bis jetzt schon mal ganz chillig gut komm weiter da weiter da ist einer komm boxe nein runter wo ist der nein nein Junge nein ich bin gestorben wie viel kriegt wieder zu minus 1 4 4 in minus dreck was macht er er kommt runter peter der der fackelt alles ab hier ja da bist du wieder du pisser alter dann komm mal runter er meine nein er klaut es mir einfach so eine mische nein ich hab's nicht gesehen leute ich hab's sorry ja dann gehen wir um 14 Uhr mach dein Bett ja ich mach dann gleich wann hast du schon halb 3 halb 3 halb 3 ja mach ich noch gleich ok und jetzt was ist mit dieser strumpf für alle ja alle weg ja diese auch wechsel gleich frische und ich hab's schon das ist alles jetzt neu also wir gehen mal wir laufen im Stapel dann gehen wir Karten nehme ich Papa oder du nimm du sie erstmal weil sonst verliere ich sie noch ok weil wieder ist hier jemand in unserem Video nice weil wieder mein Vater wenn ihr euch wundert warum er gerade gekommen ist wie er ich geh nachher muss irgendwie zu Zahn oder so keine Ahnung voll scheiße weil ich hab ja so ne weil ich hab ja so ne so ne zarten bleeeh Leute ich hab so ne Zahnspange bekommen und deswegen muss ich halt das so kontrollieren gehen voll scheiße oh mein Gott das sind zwei komm weiter ich weiß nicht wie lange ich dir das Video halten werde weil ich muss jetzt auch bald gehen dauert ein bisschen und dann drohne näher sich vorräte unterwegs Mh stirb doch stirb ja man Ja, Mann! Ja, Mann! Alter, grad läuft richtig, ich schwöre. Ich bin halt voll kacke Minus, aber lügt nicht. Lügt nicht, sag ich auch noch. Mein deutsches ist einfach Hartz IV. Mein deutsches Hartz IV! Barmion hab ich ihn gegeben, Alter. Von hinten in seine Rücken rein. Komm runter, weiter geht's, komm. So, lalalalalala. Gleich ist die Runde sowieso beendet. Also ich bin, denke ich mal, nee. Ich werde nicht auf diesem Thumbnail sein. Nicht Thumbnail, aber halt, da kommen ja immer drei Charaktere. Und da bin ich leider nicht unentschieden. Okay, das hab ich jetzt auch noch nie gesehen. Hier seht ihr jetzt nochmal den letzten Abschuss. Ähm, letzte Abschusskamera. War mir wird den gegeben, Alter. Und ja, Leute. Ich weiß nicht, mach ich noch ne Runde. Ich weiß nicht. Ich muss nicht mal schauen gleich. Ich mach's einfach gleich noch ne Runde. Hier seht ihr meine Kills. Tode 18 leider, Abschüsse 12. Ja, das ging eigentlich jetzt. Ich komm gleich wieder. So, Leute. Dann sehen wir uns einfach gleich bei der nächsten Runde wieder. Ich muss gucken, was ich gleich mache. Bis gleich. So, Freunde. Wir zocken jetzt einfach ne Runde Team Deathmatch auf der Map in Faction. Und ja, ähm. Ich werde jetzt einfach gleich gucken, welche Waffe ich nehmen werde. So, mal gucken. Nehme ich für den Anfang mal die Vespa. Die hab ich auch noch nicht so oft gezockt. So, let's go. Let's go, let's go. Let's go. So, mal gucken, wo die Gegner sind. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich jetzt hier auf dieser Map ne geile Runde rausbringen werde, weil die Map ist nicht so meine. Also, es gibt bessere Maps. Da überrasch ich den Wichser jetzt erstmal. Nein, nein, wo ist er, nein, wo ist er, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh Gott, schon erster Tod, Alter, ey. Na, scheiße, ja, okay, die Map ist scheiße. Sorry, aber. Wenn ich jetzt schon so, wegen dem kleinen Scheiß sterbe. Komm, jetzt. Stirb doch jetzt mal, Junge, bist du behindert? Ey. Jetzt kommt die Kuh da, aber nach Köln, Alter. Jetzt ficke ich die weg. Jetzt wichse ich die weg. Ist doch nicht mehr wahr, Alter, meine Fresse. Ich treffe den zehnten Milliarden Mal und der trifft mich einmal. Ja, es ist... Ja, man, neue Tarnung freigestellt, der Mann, der Kolm. Aber da zicke, aber da fucking Kameram, meine Fresse. Ey, was ist das für eine Scheiße? Ey. Ey, so ein Lackaffe, ey. Ey, ich könnte heulen oder witz machen, weil es einfach so unverdient ist für mich. Guck mal, ich schieße 10.000 Mal die ab. Und die müssen nur auf meinen Zehennagel schießen. Komm, jetzt... Komm, let's go, let's go, Digga. Warte, noch einer? Ne, da war gar keiner mehr. Komm, let's go. Zweite Kill. Let's go, dritte. Ey, ich... Ich... Ich fick die jetzt alle weg, Alter. Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Komm, jetzt einfach hier rein. So. Mal gucken, wo die Gegner sind. Gehen wir mal hier rein. Sliden wir mal hier hoch. So, ein bisschen gucken. Da ist keiner. Das ist einer von mir. Gehen wir runter. So, jetzt. Jetzt bin ich richtig heiß drauf, diese Kills zu machen. Barm, Junge. Nachladen. Ich weiß gar nicht mal, in wie viel Sekunden ich jetzt hier drei Kills gemacht hab. Wenn jetzt mein Internet nicht abkackt, dann haben wir richtig Glück. Weil ihr müsst wissen, mein Internet ist richtig schlecht. Oh Gott, Alter. Alter, okay. Ein Kilo Minus bis jetzt. Also ist jetzt eine gute Runde bis jetzt. Immer bis jetzt, Alter. Ich glaube, ich... Ich glaube, ich... Ich wiederhole mich milliarden Mal, Alter. Nein, nein, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Och, Mann, ey. Das ist so... Verdammte Scheiße, ey. Das ist so kacke. Ich hasse es und bei dem zu verlieren, ey. Na, war einer da... Hä, da ist einer. Ja, Mann. Da, weiter. Ey, was ist los mit mir? Präzision 08000, Alter. Runter. Oh mein Gott. Ey, Leute. Was ist da los? Ich bin sogar jetzt noch im K... Nein, ich war ein Plus. Jetzt bin ich wieder gleich. Ey, was ist los mit mir, Alter? Ey, was ist da los? Ey, Leute. Ey, ey. Ey. Also, ich weiß nicht, was mit mir los ist gerade. Ich treffe die Gegner einfach ohne Grund. Okay, Scheiße. Leute, ich bin fast jetzt einer der Besten hier. Aber nur fast. Jetzt muss ich noch ein paar Kills machen. Shit, okay, der stirbt jetzt. Okay, jetzt muss ich ein bisschen weg. Und sterbe ich auch. Komm, weiter, 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 weiter. Nein. Scheiße, ein Kilo minus. Komm, weiter, weiter. Oh mein Gott, da war einer. Oh mein Gott. Ich bin gerade selber von mir... Ich bin überrascht von mir gerade, dass ich so gut gerade bin. Oh Gott, da war einer. Die Kuda rasiert, Alter. Komm, wie der läuft, Alter. Nein. Einkel wieder. Ich bin gerade mega überrascht, weil die Kuda, die bringt mir eigentlich kaum Glück. Also fast halt nie. Nein, stirb doch. Komm, jetzt nehme ich nochmal die VMP. Jetzt nehme ich einfach nochmal die VMP. Versuche nochmal mit der ein bisschen was zu reißen. Weil jetzt läuft es doch gerade eigentlich. Jesus Christ, Headshot. Ich habe das Gefühl, dass ich immer besser und besser werde hier in Black Ops 3. Das ist ja eigentlich auch ganz gut. Gefällt mir auch. Ich finde es eigentlich gut, wenn ich in etwas besser werde. Okay, okay, okay. Das ist scheiße gewesen. Ich muss einfach mal ein bisschen nach Verhältnissen gucken. Oder... Ich zeige euch einfach am Schluss einfach die ganze Verhältnisse. So, komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Wie erwartet, Alter. Oh mein Gott. Er wartet einfach die ganze Situation. Lackaffe. Was war, hallo? Was war der Karte? Der Lack da rum, Alter. Der Lack da rum wie so eine scheiß Missgeburt. Meine Güte. Jetzt habe ich noch gar nichts. Oh mein Gott, hat er mich erschreckt, Alter. Er hat mich richtig erschreckt. So, heute, heute wird das Video schön. Das, das, ich raste nicht aus. Und mir gefällt es einfach gerade. Kehrt ihr das Gefühl, wenn ihr einfach glücklich seid und einfach sich, also ihr freut euch einfach über etwas. Scheiße. Mann. Scheiße. Naja, egal. Wir sind jetzt halt wieder mal vier Külze minus. Juckt nicht. Da ist einer, oder? Da ist doch einer. Hä? Da. Hab ich das Gefühl, dass einer da ist? Hallo? Hä? Okay, da war keiner. Gott, aber einer. Nein, 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 nein. Wo ist der? Oh. Glück, Alter. Richtig Glück. Scheiße, kommt weiter, weiter, weiter. Oh Gott, hat er mir einfach die Klingel geklaut? Komm weiter. Oh mein Gott. Ey, ey, Leute, was ist los mit mir? Ich schwöre. Dieses Video ist einfach einer der geilsten Videos, wo ich hier gemacht habe. Aufbau war gar nicht mal schlimm. Ist sogar besser als jedes andere Video, wo ich bis jetzt gemacht habe. So, komm weiter. Na, ich muss mal gucken, wo halt die Gegner sind. Obwohl ich vorhin gesagt habe, dass die Map scheiße ist, habe ich eigentlich einen guten Lauf bis jetzt. Und jetzt kommen die Gegner nicht mehr, weil die Angst bekommen haben. Das sind alle kompletter Brille. Junge, Junge, Junge. Ich f*** die alle weg, Alter. Schade. Ja, aber jetzt läuft sie da gerade. Noch zwei Kills an... Habe ich es eigentlich wieder gerade hinbekommen? Nein, der hat mich weggefickt. Scheiße, richtig so in den Arsch, Alter. Der hat mich anal penetriert von hinten. Ah, da war einer, nein, nein, nein. Oh mein Gott, ich habe ihn bekommen. Ey, Leute, was ist das? Ich könnte... Ich könnte heulen vor Freude, weil ich so gut bin gerade. Da ist es ein Schneider. Ne, leider nicht. Oh Gott, jetzt habe ich Angst eigentlich, weil der könnte mich jetzt hier wegbumsen. Scheiße, ja, ich habe es gewusst. Das war jetzt, glaube ich, die ganze Zeit so. Äh, scheiße. Oder vielleicht gerade eben. Weil ich habe die ganze Zeit, habe die Aufnahme nicht geguckt. Hallo, 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 hallo. Scheiße. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen scheiße, wenn es jetzt die ganze Aufnahme so wäre. Komm her. Hä? Was? 1550. Da kamen, was? Die können mich bumsen. Hallo, 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 hallo. Nein, Mann, ich muss nachladen. Scheiße. Ja, aber die Runde ist jetzt, glaube ich, sowieso beendet. Also fertig. Kommt, kommt, kommt. Noch ein Kehl, ich will ein Kehl noch machen. Scheiße, schade. Assist habe ich bekommen. So. Dann würde ich mich schon mal verabschieden. Das war's mit dem Video. Würde mich freuen, wenn ihr die anderen Videos abchecken würde, die ich bis jetzt gemacht habe. Da kommt noch einer. Ich würde mich freuen, über 100 Likes, wenn das mal so der Fall ist. Leider verloren. Ein bisschen scheiße. Und jetzt könnte ich hier mein Verhältnis sehen. In 3, 2, 1, boom. So, jetzt sieht ihr mal meine Statistik. Ja, 7 Kills, Minus. Ein bisschen scheiße, aber wenigstens 15. Abschüsse. Punkt, da habe ich 1675 gemacht. Also das ist schon mal Highlight für mich. Also ich bin jetzt nicht gerade der beste COD-Zocke, aber naja, ist ja auch nicht so tragisch. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.